da ist was leid ihr so guten tag liebe gaming freunde hier ist der nils und wir sind wieder in disney dream light valley und ich möchte heute den star path wir gehen mal rein hier den sternenpfad wunder von pixar beenden ist gerichte mit fünf sternen pflücke weiße und rosafarbene badfahrt mit war lieb ja das machen wir mal ich bin leider in letzter zeit beruflich stark ange ja eingespannt gewesen konnte das nicht so machen wie ich wollte aber jetzt immer endlich jetzt haben wir endlich wieder zeit da wir gucken hier das ist einer oder wohl endlich endlich den sternenpfad vom siebten sechsten 20 23 beenden eine noch da kommt immer warum ich wollte schon öfters schon länger immer hier im dorf unterwegs pflanzen wir mal alles ein was wir hier so einsammeln können alle wollen wir den tag genießen da hast du aber recht hier gibt es ja mal ich liebe das für euch das gar nicht vorstellen ich habe jetzt dieses paleo pines gespielt da konnte man gar nichts einsammeln da war es irgendwie so tot und hier hast du doch gleich so viel zu tun ja da wartet schon der nächste das ist so schön jeder bekommt was ist das schön große familie was für eine schöne aussicht hier wenn das haus weg ist na jetzt ist es wieder da sonst gehen wir mal weiter wir brauchen noch eine blume für wolle das ist eine weise ist das hier komm mal endlich den sternenpfad beenden so laufen wir mal hier rum nehmen wir mal alles mit hier das sind blaue da haben wir mal wieder was zum ausbuddeln hier endlich mal wieder blüten sagen wir mal das hier mal ein sammelt sich zeug an hier ist ja wahnsinn das ist blau da ist eine da ist eine guck mal molly du magst doch blumen das ist die letzte blume pflücke weißen und rosa farbenen badfaden dafür wolle ich endlich entschuldigung wollte ich nicht p muss mal drücken ich habe es geschafft oh glückwünsch du hast alle eventaufgaben abgeschlossen na das ist doch herrlich so jetzt können wir einkaufen gehen 1125 hatte ich ausgerechnet ok 8300 haben wir hier also gut dann fangen wir mal an fisch ihr motiv einsammeln das gefällt mir das ist so ein bubble tea oder ach gut das sind alte erinnerungen ja dankeschön schönes motiv brennende augen das sagt mir gar nichts damit kann ich nichts anfangen ach make up ja das ist was für die damen oha schrullig na schrullig ist das ne das ist interessant eine retro couch ok das motorrad cool ein geländeroller ein geländeroller ein geländeroller begleiter feuriger rabe uiih sehr schön mondsteine ok dann gehen wir auf die zweite seite 200 mondsteine 200 mondsteine oh ok auf dem weißen t shirt wäre halt schön es wäre halt schön wenn sie da einfach mal was dazu schreiben däden ja wenn sie jetzt hier sagen däden doch schau mal her wer ist denn das überhaupt da haben sie doch platz hier können sie noch was her schreiben das sind alles so dinge das ist so so hingewissen so hingeschmissen so hingeworfen auch das hier wo kommt das her das ist doch alles nicht so schwer weil die mussten das ja sowieso irgendwoher rausziehen diese ganzen motive ich denke mal das ist alles disney ne großes aquarium die welle ah das ist einmal das wasser ja richtig aus den elementen ne jetzt habe ich endlich den metallkamin sehr schön wunderbar jetzt haben wir hier alles gesammelt auf der seite 2 alles gesammelt gibt es hier noch ein paar mondsteine mond stein dann haben wir hier so was immer das ist kristalle einfach informationen dazu hinschreiben was das ist das schaut irgendwie cool aus hochwertige gesichts was haben wir denn hier das ist ach das war die samantha rochen als mobile okay der ist aber teuer mit 30 pixabellen pixabellen pompadour in den wolken okay das ist ja interessant die säule dazu mal schauen wie man das alles verarbeiten können das ist so schnuckelig da mache ich mir ein schönes motiv die ist ja goldig wenn das da weiß ich auch nicht na das ist auch aus elements ok als motive für kleidungsstücke na die jacke ist schön die müssen wir mal ausprobieren octopus jacke es gab ja früher die bomberjacken die hießen so roter panda als kissen weiß ich nicht was das heißen soll dann haben wir hier nach wasser dann den boden blumiger bob ok cool so die vier haben wir schon die ersten vier haben wir überall unseren kleinen haken dran gesammelt da fehlt noch was haben wir das nicht gemacht sehr schön wunderbar dann haben wir die fünf nochmal hier 400 von den mondsteinen dann haben wir das ist gruselig das will ich gar nicht wissen was das ist warum schaut er so böse oder so ängstlich ok sehr schön dann haben wir jetzt neben wasser boden feuer ok haben wir hier cropped jack jacke cropped jack jacke ok damit kann ich gar nichts anfangen grinsender roder panda grinsender roder panda aber was bedeutet kissen so da haben wir jetzt alles eingesammelt ok 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 jetzt haben wir hier nochmal was heißt 610 bekomme ich da 610 mondsteine ja das geht es hier das ist aber auch ein sehr schönes motiv ok 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 ist das aus elements lustig so viel freude so viel freude ah die trennwand da bin ich mal gespannt ok da habe ich schon sehr sehr viele spieler gesehen die videos gemacht haben mit diesen einteiler eines roten pandas der scheint gut angekommen zu sein und jetzt natürlich der absolute höhepunkt hier endlich habe ich meinen space ranger listige space ranger ja gut gemacht so jetzt haben wir also hier unsere belohnungen bekommen glückwunsch ja du hast event aufgaben abgeschlossen ja jetzt haben wir den bus jetzt gucken wir uns das bus mal an gehen wir mal in die charaktere rein dann gehen wir mal wegen dem was habe ich es ja eigentlich gemacht na weil das ich meine ich finde das grün sehr schön das einzige der teil hier unten gefällt mir nicht so aber wir lassen ihn jetzt mal als listigen blauen bass kommen sehr schön so leute auf was was heißt das hier ok das war's jetzt haben wir also hier den sternenpfad beendet ich habe mir ein bisschen zeit gelassen ähm hat ein bisschen länger gedauert hier ich gehe nochmal rein es war eine schöne sache ich habe ihn ein bisschen als ähm am anfang war es schon sehr anstrengend aber jetzt haben wir es geschafft glückwunsch du hast alle event aufgaben abgeschlossen ja schreibt doch mal rein ob ihr den sternenpfad wunder von pixar auch gemacht habt und wir gehen jetzt mal zu remy und werden uns eine schöne pizza rein ziehen hier der wally und ich ich wünsche euch einen schönen tag bis dann euer nils ciao tschüss tschüss Vielen Dank.